Musik Hey ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Mosey Rosie. Ich bin Mia und wir haben wieder Sonntag. Ja, diese Woche gibt es kein bestimmtes Thema. Deswegen werde ich euch mal über die neuesten Sachen bei uns berichten. Also der Samstag wird jetzt ein komplett schwuler Samstag sein. Wir haben uns noch einen zweiten Jungen ins Boot geholt, den Daniel. Und er wird sich mit dem Sven abwechseln. Also eine Woche der Sven, eine Woche der Daniel, eine Woche der Sven, eine Woche der Daniel und immer so weiter. Genau, abwechseln. Und die Jungs werden jeweils nur ein Thema bearbeiten. Also das aktuelle Thema aus der Woche. Und die Jungs sind fest mit bei uns im Team und nicht als Übergangslösung gesehen. Genau. Dann haben wir uns mal alle zusammengesetzt und uns über ein paar neue Aktionen Gedanken gemacht. Die werdet ihr in den nächsten paar Wochen mitbekommen. Was wir uns so überlegt haben. Und es wird auch einiges dabei sein, wo ihr gefragt seid, ihr Zuschauer. Ja. Das war es eigentlich, glaube ich, schon so von den neuesten Informationen. Ja, vielen Dank für die vielen lieben Geburtstagsglückwünsche. Ich habe mich echt total drüber gefreut. Doch hatte ich leider nicht die Zeit, mich bei allem oder bei jedem persönlich dafür zu bedanken. Deswegen auf dem Weg vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich drüber gefreut und war total erstaunt, wie viele Leute doch wirklich an meinem Geburtstag begratuliert haben. Also danke dafür und Daumen nach oben. Ja. Das war es auch schon. Leider ein bisschen kurz diese Woche, aber dafür nächste Woche umso länger. Haut rein, habt eine schöne Woche. Bis dann, die Mia.